der fliegende hammer sprich zu mir teil mit einer weisheit mit hallo und willkommen zu einer weiteren folge von alien isolation schön dass man wieder auf dieses video geklickt habt und das projekt hoffentlich auch weiter unterstützt wir haben ich habe wieder ein zwei tage pause gemacht und sind wieder schon alle möglichen geräusche am abgehen was haben wir letztes mal gewaß was müssen wir machen stimmt wir haben ja auf diesem planeten dieses alte raumschiff der erkundet gehabt das hat uns eine typ da erzählt und jetzt hat der weights dieser security chef da hat jetzt einen plan die kreatur einzufangen und wir sind natürlich mal wieder die die exekutive gewalt die das bewerkstelligen soll wo müssen wir damit überhaupt hin wir müssen mit dem aufzug fahren und zwar mit dem hier vorne dann rufen wir den schon mal was passiert das piepen macht mich schon mal nervös auf jeden fall habe ich jetzt einen flammenwerfer das gefällt mir dann verbrutzeln wir das viel ein bisschen weil überhaupt ich ja schon mal gelesen habt feuer bringt gegen die roboter nichts aber gegen das alien viel dürfte vorher dann sehr sehr effektiv sein so jetzt kommt schon wir haben den ganzen tag zeit so action wir können uns den ganzen weg noch mal sparen falls wir äh falls wir sterben sollen so wo müssen wir hin hier oben kennen wir uns ein bisschen aus ich glaube hier haben wir angefangen oder ich weiß schon nicht mehr get to the server hub nichts leichter als das oder warte mal ist es der ach der scheiß ist das wo wir da gegen diese typen am anfang gekämpft haben unsere erste schleich mission quasi können wir sind mittlerweile hier bei mehr sachen rein passcode immer noch required oder piepen geht wieder los okay das alien ist genau über mir das geht weiter aber ich habe jetzt zwei punkte gerade gesehen kurzzeitig aber wir gehen einfach mal weiter wir haben gerade erst gespeichert kann uns ja nichts passieren man muss mit positiver energie rangehen was was soll das denn jetzt oh gott habe ich mir erschrocken alter fliegt halt in der luft nein ich paniker der ist böse der ist böse oh gott was muss ich machen oh ist schon wieder alles zu wild hier but locate and activate the fire suppression system wo muss ich hin was ist das hier ist denn noch einer soll was ok wieder auf einmal wie zu kamen i'm going to catch you aber ich war jetzt erstaunt dass ich den einfach umlocken konnte das konnte ich sonst nämlich nie oh ich habe ja doch schon wieder schritte gehört ja ich höre schritte gefällt mir nicht was muss ich jetzt machen ach jetzt muss ich ok das war jetzt nur irgendeine nebenscheiße das hat jetzt gar nichts mit dem ding zu tun gehabt ok interessant hier sind schon wieder leute drin was sollen die kacke diesmal können wir ein bisschen was benutzen oder mal ich schmeiß mal molethoff kochtel kommen wir benutzen das ding mal brenn in der hölle was jetzt los was wollt ihr denn von mir ich darf die nicht angreifen was warum darf ich den nicht angreifen ja ok dann dann halt nicht machen wir es halt nochmal neu alles oh lol ach deswegen durfte die nicht angreifen ok alles klar aber jetzt kommt ja wieder ein aufzug kann dann sein ach ne der aufzug ist da ok das geräusch habe ich beim letzten mal schon fertig gemacht aber wenn er sagt die creature ist hier heißt das die kommt jetzt oder habe ich meine ruhe wie soll ich soll ein käfig da rum bauen ich soll ein käfig da rum bauen ich soll ein käfig da rum bauen alles klar wenn wir schon mal dabei sind soll ich noch ein bisschen hummer braten und ein bisschen kaviar anzüchten hier was sollen die scheiße oh man oh man ich kann mich hier verstecken mir gefällt auch nicht wie viel revolver muni ich jetzt hier in den arsch geschoben bekommen ok flamethrower raus hier komme ich schon mal nicht durch ok jetzt ist es meine fucking aufgabe alle türen dazu zu machen leg mich doch am arsch leg mich doch am arsch ok ich bin einfach wie ein fucking roboter und dann werde ich mir erstmal nicht mit dem beschäftigen ok die tür hat sich einfach wieder geschlossen nein bist du böse? der ist ja gar nicht böse hat er mich jetzt nicht gesehen oder ok ok gut er macht manchmal anscheinend zu viel sorgen so was hast du dabei du hast schöne Sachen dabei nicht da sonst so was tollet hier liegt sonst nichts weiter ok aber ich verstehe diese roboter nicht oh ne gitarre manchmal sind sie böse manchmal nicht aber wir können nicht mit der gitarre spielen wo ist der roboter hin? schon wieder weg ok map geupdatet das ist aber nix für uns seal of the stairwell ok was war das mit der tür? server hub plus muss ich da nicht irgendwie hin? door locked oh oh leg mich doch am arsch ok muss ich hier was zumachen? hier sieht's aus wenn ich was zumachen müsste warte mal ich höre mal den flamethrower aus für alle Fälle initiate lockdown ist das das was ich machen muss? lockdown all escape routes six and security was ist denn das hier für'n raum? ist das noch ein shortcut? das ist ein shortcut? das machen wir doch mal und es hola damit hab ich die Tür endlich mal aufgemacht schön das gefällt mir doch so looten 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 was machst du hier? außer chillen äh fliegen äh flamethrower fuel mal wieder gerne holt links in red und äh D oh das hat den grad wild gemacht ok das heißt jetzt haben wir die Tür hier oben zugemacht oh die anderen Türen sind auch alle zu ok jetzt bin ich hier eingesperrt ok jetzt muss ich wahrscheinlich den stairwell wieder zurückgehen ok ok ganz ruhig ganz ruhig uns kann nichts passieren oh shit oh shit aah wo ist der Robert Dain? aah hohohohoho Christ ich hab das Vieh verscheucht ich hab das Vieh verscheucht alles klar uuuh alter Vatter alles klar nevermind vorne ist die nächste Tür ok nachladen oh mein fucking Gott ey ich hab dafür ne Ruchgeschäft bekommen immerhin alles gemaxed ok äh oh da kommt wat oh das ist aber echt nice dass man mit dem Flammenwerfer einmal so nen Schuss mitgeben kann und äh dann verpisst sich das erstmal wieder das Alien verzieh dich du Muschi alter ist das n Drecksvieh ist das n Drecksvieh Geh weg von mir wuuu geh weg kusch kusch dich jawoll alles hat mich richtig viel Muni gekostet holy shit ok lass mich hier raus da bist du ja schon wieder ok wir müssen trotzdem Muni sparen Leute ist das einfach dem Roboter vorbeigelaufen da mach mich doch nicht wuschig oh hallo Roboter ok ich glaub wenn der böse wäre hätte er den schon angegriffen oder ok der ist nicht böse ok wir machen das Ding hier auch noch zu dann haben wir es hoffentlich bald weil dann ist ja die Treppe zu hä ne jetzt ist das hier offen hä oh da ist er schon wieder oh er haut ab ok das Ding wo ich hier grad bin oder wat oh Gott ach hier das muss ich machen ah sag mir doch ja go fuck yourself alter ok ich hab nur auf den falschen Knopf gedrückt jetzt ist er denn hier irgendwo auf dem Weg vorne ist es irgendwo vorne ist es irgendwo ok weiter geht's oh ich höre es doch grad schon wieder ist es das oder ist es was anderes oh ein Roboter hi tust du mir was kann sein nicht so Roboter wieder alle netz sind auf dem Gebiet oh ok oh ok wenn diese Tür aufgehen sollte haben wir ein Problem naja mir geht's gut und dir so okay ich hab jetzt irgendwie grad aus Grund der Panik nicht verstanden was er von mir wollte muss irgendwo rein und wieder raus ok das ist der Roboter ich warte nur drauf dass hier ein fucking Speicherpunkt eigentlich mal sein soll ja hi wir kennen uns schon good day to you sir ok der hat das hier könnte ein Speicherraum sein oder so oh Noise Maker Level 2 jawoll da ist er oh Gott da ist er Speicherstation ok da standen grad Hostiles in hierbei da standen grad Hostiles in hierbei aber wir können trotzdem Speicher huu alles klar was kann denn Noise Maker Level 2 so if place devices wada wada das Upgrade Version heißt a longer duration attracts attention over a wider area also höheren Radius und hält länger ok weiter gehts lockdown the server farm muss ich da in diesen Zwischenraum irgendwie reinkommen das alien ist gelandet wird sich einmal die server-infrastruktur hier angucken wenn du mir kommst brutzeln ich dich alle mal den kopf kürzer ich bin nicht hier macht er denn er steht doof rum bin er erstaunt dass er die die roboter nicht angreift oder ist das vieh so schlau dass es quasi erkennt dass es keine lebensform ist hat da vorne muss ich rein kommt er her kommt wieder in die richtung hallo hallo geh weg geh weg kurschtech du kackvieh so gehört sie dann wo muss ich jetzt hin ok auf geht's komm ich hier durch hier komm ich durch ok es ist wieder raus gekommen aus dem versteck das verzieht sich gerade dahin gut dann können wir hier die tür aufmachen ok das ist wieder das ding heck heck und heck jawoll mach die tür auf und hier müssen wir rein alles klar hacken 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 einmal du einmal du einmal du und einmal du wirst du sagen wenn sie dass es hinter mir steht super ok sehr schön da hat er mal wieder super funktioniert hi oh gott es hat mir trotzdem mit damage gemacht kackvieh wo muss ich jetzt hin escape the server hub ok das heißt du musst jetzt irgendwo einen anderen ausgang geben rikardo, du hast eine news für mich? ich brauche mehr Zeit ich brauche mehr Zeit ich brauche mehr Zeit ok ist jetzt alles zu hier da vorne ist die tür offen ah da ist wieder Giftzeug ok ich komm 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 fucking hell fucking hell fucking hell speicherstation ja 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 speicherstation das macht er nicht nochmal mit mir kleine Arschgeigen das macht er nicht nochmal mit mir ok wo muss ich jetzt hin? escape the server hub ok ich darf immer noch den ganzen Weg wieder zurücklaufen ok wuuh immer noch freundlich ja sieht gut aus rikardo rikardo wie hast du ihn wieder zurückgebracht? ich musste die alerte das war der einzige Weg zu rief 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 also das heißt das war jetzt alles umsonst? leck mich doch am Arsch leck mich einfach am Arsch hehehehe ahhhhh so gehe ich jetzt nur geradeaus durch wie dann noch aus oder? oder? ist das hier der richtige Weg? das sieht richtig aus ich muss da durch ne? dann gehe ich in die Lobby Take Elevator to Gemini Exoplanets Solutions. Okay. Okay, da oben läuft einer rum. Ich hab einen Stunbutton dabei. Können wir hier was machen? Äh, mal diese Menschen. Siegson. Das machen wir aus und machen das Speaker-System. Oh, was? Alter, fuck you, Lady. Ich bin doch nur zum Aufzug. Alter, schießt sie weiter. Okay, geh halt hier rein. Tschüss. See you, Saka. Ja, ganz rumheulen, wie du willst. Oh, meine Güte. Jetzt, wenn das hier nur alles schlimm genug, wer weiß. Diese Menschen auch immer am Rad drehen. Boah. Ich bin in Gemini, Waitz. Wir brauchen diese gesamte Fassilie, die wir erzeugen haben. Es gibt einen riesigen Elevator, den du brauchst, aber seitdem es geöffnet wurde, wurde es aus der Aktion. Okay. Das heißt, jetzt würden wir wieder überall erstmal die Power herstellen. Dann müssen wir wieder die Wege zumachen. Und das alles wären fucking Aliens auf dem Arsching. Mir sind schon wieder Hostiles in die Beile gewesen. So, okay. Das muss ich machen. Restore access to distribution inside Gemini Exoplanet Solutions. Once inside located the freight elevator and take it to project KG348. Gut. Gut. Aber. Das war wieder eine tolle Folge. Das muss wieder reichen. Das Alien treibt ja weiter sein Unwesen. Ich danke mir, aber vielmals fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der Folge wieder. Und wir sehen uns dann in der Folge wieder. Vielen Dank.